Ken, Felix, get out! Hold on for the rainbow jersey! Heads up! Heads up! Here they come and yes! It will be! And let's go! Ho ho! Well the French Royal... Hello! I'm Felix from the beautiful Osttirol. And I've just seen a short video of my biggest success as Radrennfahrer. I've been in the last September in the USA Junior World Meister. And so I can end this success, I'm already in training. It's great for us. But I'm not a Skitourer, but a Radfahrer. Und zum Radlfahren ist leider zu kalt bei uns. Und deshalb will ich um eure finanzielle Hilfe bitten, dass ich mir ein Trainingslager im sonnigen Süden leisten kann. Als kleines Dankeschön gibt's von mir eine Autogrammkarte, ein unterschriebenes Weltmeister-Trikot oder wir können eine gemeinsame Radlrunde machen. So, und jetzt muss ich weiter, weil sonst wird das nächste Jahr nichts mehr mit dem Junioren-Weltmeister. Für euch Danke!